Paul Johann Ludwig von Heise war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf Heise rund 180 Novellen, 8 Romane und 68 Dramen. Heises Biograf Erich Petzet rühmte die Umfassenheit seiner Produktion. Die Ausgabe der Werke, die Petzet 1924 besorgte, umfasst drei Reihen von je fünf Bänden, von denen jeder rund 700 Seiten zählt. Der einflussreiche Münchner Dichter Fürst Heise pflegte zahlreiche Freundschaften und war auch als Gastgeber berühmt. Theodor Fontane glaubte 1890, dass Heise seiner Epoche den Namen geben und ein heisesches Zeitalter dem Goethe-Schinn folgen werde. 1910 wurde Heise als erster deutscher Autor belletristischer Werke mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Leben, Elternhaus und Schulzeit Am 15. März 1830 wurde Heise in Berlin in der Heiliggeiststraße geboren. Der Vater Karl Wilhelm Ludwig Heise, außerordentlicher Professor für klassische Philologie und allgemeine Sprachwissenschaft, war von 1815 bis 1817 Erzieher von Wilhelm von Humboldts jüngstem Sohn sowie von 1819 bis 1827 von Felix Mendels und Bartholdy. Die Mutter, Juli Heise Gepp, Saling, stammte aus der begüterten und kunstinteressierten Familie des preußischen Hofjuweliers Jakob Salomon, der sich nach seinem Übertritt vom Judentum zum Christentum Saling nannte. Sie war eine Cousine von Lea Salomon, der Mutter von Felix Mendels und Bartholdy. In Paul Heises Elternhaus traf sich die kultivierte Gesellschaft, um sich über Musik und Kunst zu unterhalten. Heise war bis 1847 Schüler des renommierten Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. Sein reife Zeugnis weist ihn als Musterschüler aus. Schon als Gymnasiast trat er mit eigenen poetischen Versuchen hervor und war an der Gründung eines Dichterclubs beteiligt. Durch die Mutter erlangte Heise Zutritt zu den künstlerischen Salons Berlins. 1846 lernte er seinen späteren literarischen Mentor kennen, den 15 Jahre älteren Emanuel Geibel, einen damals populären Dichter. Heise zeigte Geibel seine Gelegenheits- und Liebesgedichte vor. Zwischen den beiden Literaten entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft, aus der auch einige gemeinsame Arbeiten entstanden. Geibel führte Heise auch in das Haus des Kunsthistorikers und Schriftstellers Franz Kuckler ein, der später Heises Schwiegervater wurde. Nach seinem Schulabschluss begann Paul Heise 1847 mit dem Studium der klassischen Philologie in Berlin. Frühlingsanfang 1848 das erste gedruckte Gedicht Heises drückt seine Begeisterung für die Märzrevolution aus. Nach einem schwärmerischen Ausflug zu den Studentengarden zog er sich bald wieder aus deren Kreis zurück. Vermutlich auch aus Rücksicht auf seine Eltern und Geibel, er kam in Kontakt mit Jakob Burkhardt, Adolf Menzel, Theodor Fontane und Theodor Storm. 1849 schloss sich ihren Dichterkreis an, dem Tunnel über der Spree. Nach zwei Studienjahren in Berlin wechselte er im April 1849 zum Studium der Kunstgeschichte und Romanistik an die Universität nach Bonn. 1850 entschied er sich endgültig für den Dichterberuf und begann seine Dissertation bei Friedrich Dietz, dem Begründer der romanischen Philologie in Deutschland. Wegen einer Liebesaffäre mit der Frau eines seiner Professoren musste Heise Ostern nach Berlin zurückkehren. Noch im selben Jahr erschien sein Erstling der Jungbrunnen anonym vom Vater herausgegeben. Heise bekam vom Verleger Alexander Dunker ein Manuskript des noch unbekannten Theodor Storm. Seine begeisterte Rezension der Sommergeschichten und Lieder wurde zum Grundstein einer dauerhaften Dichterfreundschaft. 1851 gewann Heise mit seiner Ballade das Tal von Espignot einen internen Balladenwettstreit des Tunnels. Heises erste Novelle Marion wurde 1852 im Tunnel ausgezeichnet. Im selben Jahr erschien das später mehrfach vertonte spanische Liederbuch mit Übersetzungen von Geibel und Heise. Es war der Beginn einer lebenslangen Übersetzer-Tätigkeit. In der Heise vor allem als Vermittler der italienischen Literatur Hervorragendes leistete. Um den steifen Umgangsformen im Tunnel zu entgehen, fanden sich einige der Mitglieder im Dezember 1852 im Dichterverein Rütli zusammen. Im Mai 1852 war Heise mit einer Arbeit über den Refrain in der Poesie der Troubadoure promoviert worden. Dank eines preußischen Staatsstipendiums konnte er im Anschluss eine Italienreise zur Untersuchung alter provenzalischer Handschriften unternehmen. In der Bibliothek des Vatikans erhielt er 1852 Hausverbot, weil er sich Notizen von ungedruckten Handschriften machte. Heise erlebte in Italien ein glückliches Studienjahr und freundete sich mit zahlreichen Künstlern an. Unter anderem mit Arnold Böcklin und Josef Victor von Schäffel. Unter dem Eindruck der italienischen Landschaft entstanden Werke, die ihn weithin als Schriftsteller bekannt machen. Unter anderem die Tragödie Francesca von Remini. Heises berühmteste Novelle »La Rabiata« und seine Lieder aus Sorrent erschienen als Beitrag in der Ago, dem Jahrbuch des Rütli. 1852 war Immanuel Geibel zum literarischen Ratgeber des bayerischen Königs Maximilian II. berufen worden. 1854 überredete er den König, den jungen Paul Heise, der damals noch ein talentierter, aber unbekannter Anfänger war. Mit einer hohen Pension nach München zu berufen, so erhielt der 24-jährige Heise von Maximilian II. Zu seiner Überraschung das Angebot für eine jährliche Pension von zunächst 1000 Gulden nach München überzusiedeln und dort zu dichten. Heise sollte an den vom König veranstalteten Symposien teilnehmen. Zudem wurde ihm ein Vorlesungsrecht an der Universität gewährt. Nach der Heirat mit Margareta Kugler traf Heise am 25. Mai 1854 in München ein. Bei seiner ersten Audienz beim König überreichte Heise diesen seine Verserzählungen hermen. Wie sich später zeigte, musste Heise seinen Dienstherrn auch auf Reisen begleiten und bei den Teeabenden der Königin lesen. Sein Vorlesungsrecht übte er dagegen nicht aus. Heise durfte sich nun zur geistigen Elite des drittgrößten deutschen Teilstaates zählen und ein reges geselliges Leben genießen. Bei den königlichen Gesprächsrunden, den Symposien, saß der junge Dichter gleichberechtigt neben Geibel und Friedrich Bodenstedt. Neben den besten Wissenschaftlern Münchens wie dem Chemiker Justus von Liebig, dem Philologen Friedrich Thier, den Historikern Heinrich von Sibel und Wilhelm Heinrich Riel und dem Arzt Max von Petenkofer, Die Teilnehmer an den Symposien verkehrten häufig mit dem König und Zwangloser als mancher Minister. In der Ehe mit Margareta Gepp Kugler wurden vier Kinder geboren. Der erstgeborene Frank kam am 22. August 1855 zur Welt. Zwischen 1855 und 1874 war Heise Mitglied der Zwanglosengesellschaft München. Mit den ebenfalls nach München berufenen Nordlichtern Geibel und Riel gründete er 1856 er den Dichterverein Die Krokodile. Zu den Mitgliedern der Vereinigung gehörte auch der Komponist Robert von Hornstein, in dessen Haus Heise zeitweise wohnte und dem er einige Liberty lieferte. In Zürich lernte Heise 1857 Gottfried Keller kennen, mit dem er schon bald in einen Gedankenaustausch trat, vorwiegend in Form eines Briefwechsels. Woraus sich eine dauerhafte Freundschaft entwickelte, seit Dezember 1854 pflegte Heise auch eine langjährige Korrespondenz mit Eduard Möriker. Ab 1859 musste Heise einige Mitglieder der Familie Kugler versorgen und deshalb den ungeliebten Redakteursposten beim Literaturblatt zum deutschen Kunstblatt annehmen. Er sagte einem verlockenden Angebot des Großherzogs Karl Alexander von Sachsen-Weimar Eisenach ab, der ihn zur Übersiedlung nach Thüringen bewegen wollte. In diese Zeit fiel der Beginn einer Freundschaft mit dem schwäbischen Dichter Hermann Kurz. Angeregt durch ein Bild seines Freundes Bonaventura Genelli schrieb Heise 1860 für die Argo die Novelle der Zentaur. Im selben Jahr erschien die Sammlung italienischer Volkslieder italienisches Liederbuch. Die später von Hugo Wolf unter demselben Titel vertont wurde, lernte Heise bei einem Besuch in Wien Grillpatzer und Häppel kennen. Auf Heises Zureden übernahm der Verleger Wilhelm Herz Fontanes Balladen in seinen Verlag. 1862 entstand das Schauspiel Ludwig der Bayer. Heise gab ein Münchner Dichterbuch zusammen mit Emanuel Geibel heraus. Andrea Delfin erschien in der Sammlung Neue Novellen. Am 30. September 1862 erlag Heises Frau Margareta in Meran einer Lungenkrankheit. 1867 heiratete Heise die junge Münchnerin Anna Schubert. Die Novelle Biedreis erschien 1868 entzog Ludwig II. Geibel die Pension wegen des Gedichtes an König Wilhelm, das den preußischen König als zukünftigen Kaiser feierte. Daraufhin verzichtete Heise auf seine eigene Pension und erklärte freimütig, er sei der gleichen Meinung wie Geibel. Von 1868 bis 1870 entstanden das Mädchen von Treppi, die Stickerin von Treviso, moralische Novellen und die Göttin der Vernunft. Heise wurde 1871 Mitglied des Bayerischen Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. Er entwickelte in der Einleitung des deutschen Novellenschatzes seine Falkentheorie und veröffentlichte die Stickerin von Treviso. Anfang der 1870er Jahre erwarb Heise in der Maxvorstadt nahe der Glyptothek und den Propylen am Königsplatz ein 1835 erbautes kleines Wohnhaus. Das er 1872 bis 1874 von dem Architekten Gottfried von Neureuther zu einer Villa im neoklassizistischen Stil ausbauen ließ. Hier empfing Heise zahlreiche Freunde und Geste. Die heise Villa entwickelte sich zu einem Mittelpunkt der Literatur in München. Heise spazierte täglich mit seinem Hund durch Schwabing. Der Schriftsteller Hans Carossa erinnerte sich, wie respektvoll die Spaziergänger Paul Heise im Englischen Garten grüßten. 1887 schlug Heise vor, Ludwig Anzengruber in den Bayerischen Maximiliansorden aufzunehmen. Als der Vorschlag am Einspruch klerikaler Kreise scheiterte, trat Heise aus dem Orden aus und gab die ehrenvolle Auszeichnung zurück. Seit 1899 verbrachte Heise ein Jahrzehnt lang die Winterhalbjahre in seiner Villa in Gardone Riviera am Gardasee. In dieser Zeit schrieb er das Drama Maria von Magdala, Neue Märchen und das literarische München 25 Porträt-Skizzen. Der alternde Dichter legte immer noch viel vor, aber wenig Neues. In seinen Gedichten finden sich Abschiede und sentimentale Rückblicke. Im Jahr 1900 veröffentlichte Heise seine Jugenderinnerungen und Bekenntnisse. Er wurde Münchner Ehrenvorsitzender des Deutschen Gültibundes, außerdem Ehrenmitglied der Deutschen Schiller Stiftung. Zu seinem 70. Geburtstag erschien Sonderhefte, Alben und zahlreiche Publikationen. Wilhelm Bölsche, Georg Brandes, Maximilian Harden und Alfred Kerr widmeten ihm, neben vielen anderen, einen Geburtstagsartikel. Der alte Dichter Fürst unterrichtete sich weiter über die Aktivitäten der jüngeren Schriftsteller-Generation. Als Literaturkritiker bewahrte er sich den Blick für das qualitativ Gute und Neue. Auch im vertrauten Kreis gab er sachkundige Urteile ab. Die Stadt München ernannte Heise 1910 anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenbürger. Prinz Regent Louis Polt verlieh ihm den persönlichen Adelstitel, von dem er jedoch niemals Gebrauch machte. Am 10. Dezember erhielt Heise als erster deutscher Autor belletristischer Werke den Literaturnobelpreis. Die letzten Novellen und die italienischen Volksmärchen waren 1914 die letzten Arbeiten Heises. Heise starb als letzter der großen Erzähler des 19. Jahrhunderts am 2. April 1914 wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er wurde im alten Teil des Münchner Waldfriedhofs begraben. Persönliche Wirkung Heise war ein Mittelpunkt des literarischen Lebens in Deutschland. In München galt er nicht nur als literarisches Vorbild und einflussreicher Kunstpaps, sondern auch als beliebter Gastgeber. Er engagierte sich als Anwalt der Dichter, der sich für die juristischen und sozialen Anliegen seines Standes einsetzte, und als Metzen. Zum eigenen Werk kam stets noch die Beschäftigung mit den Manuskripten anderer hinzu. 1856 war Heise maßgeblich an der Gründung des Dichtervereins Die Krokodile beteiligt. Von ihm war die Idee ausgegangen, sich in einem literarischen Salon mit den jüngeren süddeutschen Dichtern auszutauschen und sie zu fördern. In kurzer Zeit entwickelte sich aus den Krokodilen ein reger literarischer Kreis. In dem Männerbündischen Verein wurden ähnliche Sitten gepflegt wie in einer Freimaurer Lusche. Mit Weinlaubkränzen im Haar scherzten die Dichter in einer verschlüsselten, nur eingeweihten verständlichen Clubsprache. Vorträge und Diskussionen wurden stets als zweifolle Momente behandelt. Zu den bekannteren Mitgliedern der Vereinigung gehörten neben Geibel und Heise der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riel, Felix Dahn, Wilhelm Herz Hermannling, Franz von Kobel, Friedrich Bodenstedt, der Komponist Robert von Hornstein, der Reiseschriftsteller und Kunstmetzen Adolf Friedrich von Schack. Von den Münchner Schriftstellern der älteren Generation genoss zunächst der Lyriker Emanuel Geibel die größte Autorität. Mit dem Weggang Geibels 1868 wurde Paul Heise zum Anführer des Vereins. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ging jedoch unter seiner Leitung verloren. Die Gruppe fiel in den Jahren 1878 bis 1882 auseinander. Heise als Gastgeber 1874 war der Umbau des neu erworbenen Wohnhauses in der Münchner Luisenstraße abgeschlossen. Die neoklassizistische Heise-Villa lag gegenüber der Lehnbach-Villa. Am Eingang wurde man von der Statue eines betenden Knaben begrüßt. Max Halbe berichtete, dank seines Talents zur Freundschaft war Heise zum Gastgeber größerer Gesellschaften prädestiniert. Er sei ein schöner und gewinnend liebenswürdiger Mann gewesen, schrieb die Schriftstellerin Isolde, kurz ein Meister der Rede. Von hoher Kultur und mit wunderbar diplomatischem Auftreten, Fontane erinnerte sich. Auch der Eitelste empfand es als ein Vergnügen, ihn sprechen zu hören. Die zahllosen Aphorismen, die in Heises Gesamtwert gesammelt sind, geben ein Eindruck von seinem Geistreichtum. Im Hause Heise traf sich fast alles, was Rang und Namen im literarischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Leben Münchens hatte. Mit Michael Bernes, seit 1874 der erste ordentliche Professor in Deutschland für neuere deutsche Literaturgeschichte, hat sich Heise bis 1897 fast täglich getroffen. Von der Münchner Presse waren Redakteure Auflagen starker liberaler Blätter vertreten, darunter Baron Fritz von Ostini, der als Literaturkritiker der Regionalzeitung Münchner Neuste Nachrichten wirkte und 1896 als Redakteur der Zeitschrift Jugend. Bei Heise sprachen deshalb auch häufig junge Autoren vor, die den Einfluss des Künstlerfürsten und seines Kreises zu schätzen wussten. Zu ihnen gehörten Frank Wedekind, Isolde Kurz und Joachim Ringlnatz. Der Dichter nahm sich für seine Gäste stets viel Zeit, gab Ratschläge und versuchte zu helfen. Mit dem Kunsthistoriker, Musikschriftsteller und Novellisten Wilhelm Heinrich Riel einte ihn eine lebenslang enge Beziehung. Seinen Einladungen folgten auch der frühenaturalistische Dramatiker Max Halbe und der Schriftsteller Ernst von Wollzogen, der Gründer des ersten literarischen Kabaretts in Berlin. Heise zählte den Wagner-Dirigenten Hermann Levy zu seinen Freunden, ferner den Nationalökonom Max Haushofer und den Rechtsanwalt Max Bernstein. Seine treuesten Freunde waren Maler. Heise ist zu den frühen Förderern Bonaventura, Genelis, Franz Lehnbachs und Arnold Böcklins zu rechnen. Er selbst hat in dieser Kunst erfolgreich dilettiert und auf seinen Reisen viel gezeichnet. Der Vergleich mit Weimar und dem Haus am Frauenplan La Kneive berichtete der Dramatiker Max Halbe über Heises Villa. Hier wie dort war es eine Hofhaltung im Kleinen. Heise bot auch über München hinaus zahlreichen zeitgenössischen Autoren Hilfe und Freundschaft. Er ermunterte immer wieder den schwäbischen Dichter Hermann Kurz und stellte schließlich, nach dessen Tod, 1874-75. die Gesamtausgabe zusammen. Bei dem bayerischen König Maximilian II. versuchte Heise dem damals mittellosen Theodor Fontane eine Stellung zu verschaffen. Theodor Storm verdankte ihm den bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst von 1883 die wichtigste Auszeichnung zu seinen Lebzeiten. Diesen beiden Älteren war Heise bis zu deren Tod ein ebenbürtiger Partner. Manuskripte wurden ausgetauscht und kritisch begutachtet. Anregungen für neue Novellen, aber auch literaturtheoretische Diskussionen finden sich in vielen der Briefe. Dem Umfang nach wurde er Fontanes zweitwichtigster Briefpartner und der wichtigste für Storm und den Dichter Emanuel Geibel. Heises Kontakte reichten in alle literarischen Provinzen Deutschlands. In der Schweiz korrespondierten Jakob Burkhardt und Gottfried Keller mit ihm. Heise war auch mit Törginiou befreundet und er war einer der ersten, der Dostoyevsky in Deutschland bekannt machte. Die Achtung vor seinem vielfältigen Werk konnten ihm auch viele jüngeren Schriftsteller nicht versagen. Vielleicht nur noch Maupassant gab mir technisch und stilistisch so viel Vorbildliches wie Paul Heise, schrieb Ludwig Ganghofer. Vor mancher Seite seiner Bücher, auf der ich einen erregten Vorgang geschildert fand, konnte ich halbe Tage lang sitzen und nachgrübeln, wie er das fertig brachte. Heise zögerte nicht, wenn es darum ging, die Rechte der Autoren einzuklagen und das Selbstbewusstsein des Berufsstandes zu stärken. Ab 1855 konnte er als führendes Mitglied der Schiller Stiftung, der damals wichtigsten Stundesorganisation deutscher Autoren, über die finanzielle Unterstützung bedürftiger Schriftsteller mietentscheiden. 1871 initiierte er die Genossenschaft deutscher Bühnen-Schriftsteller und Komponisten, die vor allem die Rechtlosigkeit der Autoren beenden sollte. Zur Abwehr der Lex Heinze, eines verschärften Zensurgesetzes, wurde im Jahr 1900 der Gültibund gegründet. Heise wurde Ehrenvorsitzender in München. Heise beteiligte sich 1867 am Aufruf zu einer Nationalspende für Ferdinand Freiligrad und unterstützte 1887 einen Aufruf zur Errichtung eines Heine-Denkmals in Düsseldorf. Bei vielen Anlässen setzte er seine Autorität, sein Talent, aber auch seine Geldmittel ein. Der Dichterfürst war sich nicht zu schade, einen Prolog zum Besten der Wärmstuben in München zu verfassen oder mit dem Gedicht das Hundegrab von Oxia einen wirksamen Tierschutz anzumahnen. In seinen Werken kritisierte er Bigotterie, insbesondere die Frömmelei der Kleriker. Mit der Zeit wurde er immer mehr zum selbstbewussten Kritiker der deutschen Kulturpolitik. Ein Beispiel ist sein Verhalten in der Kommission des preußischen Schillerpreises für das beste dramatische Werk der letzten drei Jahre. Mit dem Heise 1884 selbst ausgezeichnet worden war, als 1893 Ludwig Fulda Stahles Mann von Wilhelm II. Abgelehnt wurde offensichtlich wegen der jüdischen Abstammung des Autors, verzichtete Heise ab 1896 auf das Ehrenamt in der Auswahlkommission. Heise war ein Mann der Mitte, ein liberal denkender Bismarckianer. Wie viele seiner Schriftsteller-Kollegen setzte er in die Reichsgründung große Hoffnungen. Er sei darin die Erfüllung der Ziele der Revolution von 1848. In einer zurückgehaltenen Notiz des Heise-Biografen Erich Petzit heißt es, nach Bismarcks Entlassung war Heise unversöhnlich und lehnt alles Entschuldigen hierüber ab, auch gegen die besten Freunde. Heise erblickt instinktiv in Wilhelm II., den Verderber Deutschlands. Als Bismarck 1892 München besuchte, jubelte auch Heise im Gedicht dem Ehrengast zu. Er genoss seine Teilnahme an dem geselligen Abend mit dem Fürsten in der Lehnbach-Villa. Trotz seiner Begeisterung für Bismarck vermied Heise weitgehend das Nationale, für Chauvinismus war er nicht empfänglich. Teilweise lehnte er Bismarcks Politik ab. In der Zeit des Sozialistengesetzes soll er umfangreiche illegale Sendungen der Sozialdemokratie gedeckt haben. Er tat dies wohl aus einer allgemeinen Sympathie für die Unterdrückten und Benachteiligten.